Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming Spezialist mit Kampfpreisen. Ja, aus dem Sobolpack. Ja, der uns schon den A76 und dann noch den MAN A21 gemeldet hat. Ja, Link dazu, hab da eine Infokarte. Wir stehen hier am Bahnhof Niederburg. Fahren gleich die 838. Wo haben wir das? Da Richtung Korthausen. Ja, sehr interessanter Bus. Ich hab gesagt, ich soll den auf jeden Fall immer testen. Ja, na klar. Ja, machen wir doch. Ganz entspannt. Also das Modell hier, das sieht schon mal, also wirklich sehr, sehr schnick aus. Ich mach erstmal den Motor an. Achtung. Vor allem schön Euro 3 erstmal. Scheiß auf die Umwelt. So, Korthausen. Matrix. Jo, da hab da mir auch irgendwie einen Trick geschrieben, wie ich das ändern kann, aber ich kann das auch einfach so machen. Dann geht das. Ja, sieht ganz gut aus. Ja, sieht, also man muss auch sagen, eine relativ moderne Matrix. Also schön mit LED. Man auch nicht immer so bei älteren Busen. Aber hier, mal guck ich mal von vorne an. Das sieht schon sehr, sehr schick aus hier, ne? Ja, das Dashboard, das hat man von, ähm, den Kollegen, ach, keine Ahnung, wie der hieß, der polnischen Namen kann ich nicht aussprechen. Äh, der, das war der, aber auch von dem Jeltsch. Da ein oder andere erinnert sich, ja. Da sind wir auch des Öfteren mal gefahren, oft auch im Stream. Von da hat man halt, äh, dieses Dashboard übernommen. Ich hätte das gerne von der Höhe eingestellt, das geht leider nicht. In dem Jeltsch konnte man das. Da war ich nämlich hier unter dem Fahrersitz so ein komischer Knopf. Ja, ansonsten ragt hier unser Decke-Drucker ein bisschen rüber. Ah, guck mal, da kann man das ein- und ausschalten. Das ist ja cool. Oder ist das Elektrik? Kann auch sein, dass das nur Elektrik ist. Ja, ja, das war Elektrik. Okay. Joa. Ansonsten ein paar Ähnlichkeiten gibt es zum MRN, ne, ich denke, das sieht man. Und dann fahren wir mal vor. Joa, ZF-Variante. Enterst du die nach Hamburg-Altona, okay. Ja, vorne weg gleich. Ähm, ihr habt mir ein bisschen was geschrieben. Ihr habt kommentiert unter dem... Was soll denn das hier? Na, ist egal. Lassen wir jetzt X38. Hallo. Hallo. Ähm, ihr habt ein bisschen was kommentiert. Und zwar habt ihr mir gesagt, ey, yo, ähm... Ja, wir fahren ab. Und zwar habt ihr mir gesagt, ey, yo, ähm... Der Download ist nicht mehr verfügbar. Ja, der Download-Link geht nicht und so, ne. Der Link ging schon noch. Du kamst halt noch in das polnische Omzeforum. Halt zu der Seite, wo der Download verfügbar war. So. Da ich aber kein... Polnisch kann. Also die Seite sah aber jetzt anders aus als vorher. Wenn ich nachher gucke, habt ihr mir mal übersetzen lassen. Ich kenne ja kein... kein Polnisch. Ähm, da stand dann in spitzen, halt eckigen Klammern, äh, entfernt. Ja, das heißt, der Download-Link wurde entfernt von Sobul und das polnische Omzeforum war die einzige Seite, wo es hochgeladen hat. Ihr habt mir allerdings noch geschrieben, dass er das bei Facebook irgendwie... Nochmal, also dass er bei Facebook irgendwie den Link zu Mega oder weiß ich nicht, halt zu dieser Seite, wo er das hochgeladen hatte. So eine Upload-Page halt, ne. Äh, dass da irgendwie... Bei Facebook gibt es irgendwie noch einen Download-Link, habt ihr mir gesagt. Ich werde das überprüfen. Sollte ich einen finden, Download-Link, dann werde ich euch den entsprechend in die Videobeschreibung packen von diesem Video. Falls ihr nicht mal da sind, sollte ihr dann habt ihr Pech gehabt. Dann sollte man daraus lernen und die Sachen immer gleich dann runterladen, wenn man... wenn sie halt rauskommen, ja. Irgendwie ein Update gab es auch oder so, wurde mir gesagt, aber da habe ich mir jetzt nicht runtergeladen. Wie gesagt, war ich jetzt erstmal froh, dass ich noch eine Version hatte hier. Das ist schon schön. Guckt mal, da vorne auch mit... hier an Neoplan. Boah, voll cool, ey. Ja, das ist übrigens die deutsche Version, habe ich ausgewählt. Sound ist auch geil. Also auch schöner ZF-Sound, gefällt mir gut. Also nochmal Respekt an Sobol, der ein sehr, sehr geiles Pack rausgehauen hat. Der Spot erscheint mir so ein kleines bisschen zu klein, aber da kann ich mich auch täuschen. Kann aber auch daran liegen, dass halt unser Ticket-Druck einfach da so halb rüberragt. Finde ich immer nicht so schön. Ähm, okay. Warte mal, wir haben... Also wenn ich die Minus-Taste drücke, dann kann ich hier meine Haltestellenbremse bedienen. Wenn ich meine normale Haltestellenbremse-Taste auf der Tastatur nehme, dann habt ihr ja gehört, wenn wir da so ein klicken, also es gibt dann noch irgendwie eine unsichtbare Haltestellenbremse. Okay, weil ich habe ja hier gesehen, haben wir hier eine Türfreigabe. Da könnten wir mal gucken. An der nächsten Haltestelle. Wie das Ganze denn aussieht. Also, das heißt, wenn das nächste Mal jemand aussteigen möchte, werden wir mal die Freigabe reinmachen. Türen sehen echt geil aus. Die sind so geil modelliert hier. Heftig, ey. Das habe ich aber schon bei den MAN-Bussen gelobt. Sehr, sehr cool. Nicht mal so ein neu-modernen Scheiß, sondern wirklich mal... ...ein sehr, sehr schöner Neoplanbus, der nicht von heute ist, sondern schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Ich finde das toll. Sonst hört man auch hier, ne? Oh ja, sehr interessant hier die Lichter. Hinten funktioniert die Matrix offensichtlich nicht oder einfach diese X-Dings nicht. So, Kurzstrecke. Danke. Bitte. Ja, sind wir gerade am Betriebshof vorbeigefahren. Ja, wie gesagt, ich finde es immer wieder schön, wenn ihr mir dann auch Nachrichten zukommen lasst und so. Ja, das geht ja nicht. Aber ich kann da auch nichts machen. Also, wenn der Entwickler das entfernt, so, dann ist das ein gutes Recht. Da kann ich auch nichts für. So, das heißt, deutsche Version, die steigen nur vorne ein. Ich habe jetzt extra mal ein bisschen... Also, wir haben mich so hingestellt, die ja auch eigentlich hätten hinten einsteigen können. Also, okay. Ich meine, manchmal macht... Wenn ich halt sehr, sehr weit vorfahre und die zweite Tür auf ist, dann steigen die auch manchmal da ein. Das ist bei manchen Bussen auch der Fall. Aber die sind jetzt nicht konkret zur zweiten Tür gegangen, um da einzusteigen, sondern... Die laufen halt immer zur ersten. Das müssen wir doch mal ein bisschen lauter machen, ja? Man hört diesen Außensound auch sehr, sehr gut, wenn man die Türen auf hat hier. Das ist echt cool. Dann wurde irgendwie auch mal was gesagt. Das ist auch schon wieder ein bisschen her. Dass da irgendwie was geklaut wurde. Fragt mich jetzt nicht, von wo er das übernommen hat. Und so irgendwie, ja, dass er das nicht so genau nimmt mit dem Urheberrecht. Weiß ich nicht, also... Das ist halt leider dieses Arm-Sie-Zwei-Thema. Ich habe das schon oft gesagt. Ich war ja selber auch schon betroffen. Wie gesagt, wenn Modder da halt gegen die Urheberrechtslinien verstoßen, dann haben auch wir Let's Player dadurch manchmal Probleme. Aber lasst die Leute doch einfach mal. Ich meine, der hat so ein geiles Pack gemacht. Wenn da mal was... ...von woanders übernommen wurde. Ich denke mal, für das Dashboard hier hat er auch die Genehmigung von seinem Kollegen da, der den Jeltsch gemacht hat. Aber lasst doch einfach mal. Das ist ja wirklich für die Community hier. Vor allem dieser Neoplan ist sehr, sehr geil. Wie gesagt, bei den MAN A21-Fahrzeugen, ja... Das ist jetzt nicht so unbedingt immer was Neues. Der A71, der war auch wirklich ganz witzig mal. Aber so auf Dauerfeste, so war der auch nicht. Kann man Stuttgart, könnte man damit mal fahren zum Beispiel. Das hat solche Kleinstrecken. Wie gesagt, der Sound ist wirklich genial. Den hat er ganz, ganz toll hinbekommen. Ja, warum hinten die Matrix funktioniert, weiß ich nicht. Entweder liegt es an der X-Zahl... ...oder ist es halt allgemein so, dass das nicht funktioniert. Das kann sein. Achso, ach, jetzt habe ich das mit der Freigabe nicht gemacht. Machen wir gleich noch. Ja, aber die Paints wurden auch irgendwie für Lemental noch mitgeliefert. Einige Pollen-Stury-Paints noch. Und halt wieder mal für Alem-Launsbach update. Aber halt nur für Laurensbach, also für Alem gar nicht. Deswegen zeige ich euch hier mal so ein paar kurze Linien wieder auf der Karte. Wie ich das ja auch angekündigt habe, werden die Folgen auch nicht allzu lang werden. Jetzt meistens... ...weil es einfach momentan sehr warm ist und ich deshalb... ...ja, nicht ewig hier vor dem Rechner sitzen kann. Ich denke, das ist besser als... ...gar keine Videos zu machen. ...ja, okay, funktioniert. Türfreigabe, wunderbar. Und dann gehen sie auch wieder zu. Sehr schön. Leider habe ich nur keine Tastatur, deswegen werde ich jetzt die Türen immer selber manuell öffnen und schließen. Ne, also herrlich. Gefällt mir wirklich... Oh, richtig gut. Boah. So, Bremse funktioniert auch sehr gut. Es gibt ja auch schon einen älteren Neoplan-Bus, so ein... ...ääh, auch so ein Stadtbus. Auch mega geil, das Ding. Habe ich auch noch auf dem Rechner. Jetzt sind wir auch schon mal gefahren. Boah, Ewigkeiten. Richtig geiles Ding. Also Neoplan gefällt mir hier in Omsi relativ gut, bin ich in der Realität eigentlich nicht so der Fan von, aber... Außer, ähm, Reisebusse, sind ganz cool. So, Skyliner und sowas, ne? Cityliner. So, was ich hier nochmal testen wollte. Also mit Einfügen kommen wir da oben hin. Mit Position 1 kommen wir leider wieder nicht auf den Ticketdrucker. Das gleiche, was wir schon im MAN hatten, was ich da schon nicht so gut fand. Ähm, das ist jetzt hier auch wieder der Fall. Das heißt, wenn ich ein Ticket verkaufen will, dann muss ich das entweder aus dieser Perspektive machen. Oder ich muss halt eigenständig mit der Maus ranzoomen. Schade eigentlich. Aber es gibt bestimmt wieder so eine Ansicht, wo wir in den Spiegel gucken. Ja. Okay. Die gefällt mir dafür halt sehr, sehr gut, ne? Wenigstens. Wenigstens das. So, jetzt springt auch so ein bisschen der Hydro-Lüfter an. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Achtung. Ja, das ist der Hydro-Lüfter. So, also guck mal, wann war hier? Das... Hä? 21.06.2019. Hier oben steht auch 21.06.2019. Das ist kein Dienstag, das ist ein Freitag. Hä, wieso... Hä, warum funktioniert denn das nicht? Wieso steht der Dienstag? Naja. Vielleicht irgendwie nach dem chinesischen Kalender oder so. Keine Ahnung. Okay. Ein bisschen. Was ist das so? Jep. Danke. Okay. Loll, also Die fiktive Unsichtbare Heilsteine bei mir sind, die geht offensichtlich nicht Man hört sie nur Weil ich bin ja eben weitergerollt Komisch, warum ist hier nur 50, sag mal? Was ist das denn? Weil hier die Kühe über die Straße laufen, oder was? So ein Bullshit, ey Aber ich muss sagen, auch dieser Bus fährt sich ausgesprochen gut Macht wirklich Spaß Also Download-Empfehlung Kann ich nicht mehr aussprechen, weil man kann es nicht mehr runterladen Sollte Download halt doch wieder funktionieren Ich habe einen anderen Link gefunden Dann, ja, Download-Empfehlung auf jeden Fall da Kann ich da weiter empfehlen Man merkt schon, dass hier Sehr, sehr, sehr viel Arbeit drin steckt Sowohl hier, als auch bei den MRN-Bussen So, gucken wir mal, was da eine höchste Schwierigkeit zu bieten hat Das sieht ja schon mal relativ gut aus 94 Also, ich habe es jetzt bis 94 geschafft Das ist auf jeden Fall mehr, als die MRN-Busse haben Sehr cool So, nochmal ein bisschen die Boah, geil, Alter So, machen wir den Test nochmal Ah ja, mit Animation, wunderbar So muss es dann sein Ja, sehr schön Aber der Ach, Mann Wie kriege ich den jetzt wieder aus? Einfach nur W, okay Das ist halt leider auch bei jedem Bus unterschiedlich Manchmal musst du Shift und W, manchmal nur W Alles ganz, ganz komisch So, ach, die Schüler Na gut, die haben da Unterricht Die hätten mir jetzt noch gefehlt Hallo Hallo So, dann sind wir auch gleich da Ist auch eine schöne Linie 18 Minuten ungefähr Macht Spaß Ja, da passt so ein Bus wirklich mal gut hin Drei Türe sowieso Immer ganz geil, finde ich Ist hier hinten mit den Treppen auch gut gemacht Bande bei dem Bus So, hier hinten mit den Treppen Das finde ich immer ganz cool Ja, bitte steigen sie hier aus Das war's Das war's mit unserem Sehr, sehr coolen Neo-Plan Wie gesagt, bei Fragen Gerne in die Kommentare Ja, hier haben wir genau diese versiffte Fahrradtür wie bei MHN Ja, das war's mit dem Neo-Plan Ich hoffe, dass es euch gefallen hat Wenn ja, lasst gerne ein Abo da Räumchen Oder, ja, gerne die Glocke aktivieren Wir sehen uns das nächste Mal wieder Bis dahin, ihr Leute Ja, kommt gut durch die Hälfte Macht's gut Ciao, ciao